Kommt schon Leute, eine machen wir noch. Ja, wir machen noch eine Folge. Eine machen wir wirklich noch. Und ja, ich rauche eine nebenbei, aber, und ich weiß, dass das total unprofessionell ist, aber ihr müsst euch das vorstellen. Das ist... Die vierte Folge, die ich heute aufnehme, und es ist stockdunkel. Okay, das ist kein Argument. Ich weiß, Rauchen ist scheiße, und ich sollte das nicht machen. Und ich bin schon dabei, mir ist abzugewöhnen, also, das kann jeder sagen. Vertiefen wir dieses Thema nicht, sondern spielen wir Dead Space Folge 1. Nicht Folge 1, Teil 1, Folge 35, und ich sollte Start auf den Timer drücken. Aber da ich eben eine Folge gerendert habe, dürften wir jetzt genug Speicher haben für diese Folge. Wir haben in der letzten Folge... Wie oft habe ich jetzt in den letzten paar Sätzen das Wort Folge gesagt? Wir haben in der letzten Folge Kapitel 7 abgeschlossen und sind jetzt im Kapitel 8. Und die Aufgabe habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon vorgelesen. Ähm, wir folgen diesen blauen Pfeilchen einfach mal und hoffen, dass er uns den richtigen Weg zeigt. Wir sollten nachladen. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, okay? Scheiße, ein Audiolog, das ist mir zu gruseln, ja, okay. So, jetzt ist das, der wird... Äh, Mi-Out 2. Oh, was ist das für eine Apparatschaft hier? Das sieht aus... Wie so ein Ding, wo man bei Saw reinsteigen müsste. Hey, kann ich das einsammeln? Ich weiß nicht, aber ich will es haben. Das sind Reeper Klingen und ich habe sie bekommen. Das wäre bei Tomb Raider bestimmt ein Sequel. Ich will nicht. Okay, wir fahren. Das wird die schlimmste Achterbahnfahrt meines Lebens. Kann ich hingucken? Ich weiß es nicht. Oh, nö. Bleib doch mal weg. Ich will keine Gegners. Bitte sagt, dass das das Ende ist. Ey, Leute, ihr ahnt nicht, wie viel Schiss ich gerade hatte, dass irgendetwas Gruseliges passiert. Dafür ist es ja ein Horror-Action-Shooter und da ist ein Monster! Kommunikations-Array offline. Ein Servicetechniker wurde informiert. Das Array der COM-Anlage ist in keinem guten Zustand. Wir brauchen mindestens sechs funktionierende Parabol-Antennen für ein starkes Signal. Sie müssen symmetrisch aufgerichtet sein, damit es keine Energieversorgungslücken gibt. Danke, darf ich jetzt speichern? Dankeschön. Ich liebe nichts in Dirt Space so sehr wie die Speicherkonsol. Okay. Ja, wir laden unser Star-Set-Bububu mal auf. Wir scheinen es zu brauchen. Und ich glaube auch, dass wir eine neue Aufgabe haben. Und zwar das Array zu reparieren. Ähm. Wir reparieren es einfach, wenn ihr es euch durchlesen wollt. Ich habe jetzt keine Geduld mehr, das vorzulesen. Was ist mit mir los? Das sind nur ein paar Sätze und ich will sie nicht vorlesen. Ich bin der schlechteste Let's Player dieser Welt. Ein Schema. Ein Schema? Luftkanister. Ein luftkanisterisches Schema. Okay, wir öffnen die Tür. Ich habe gerade überlegt, ob mir ein Wortwitz dazu einfällt. Aber. Nein, selbst wenn hinter mir ein Gegner. Okay, es heißt keiner. Ich wollte sagen, selbst wenn hinter mir ein Gegner ist. Ich werde ihn nicht angucken. Und was ist das? Ein Halbleiter Gold. Den können wir wieder für satte 3000 Credits im Shop verkaufen. Und ja, wir öffnen die Tür. Warum haben wir die Tür geöffnet? Und ne, dahinter ist irgendwas, was schwieriger ist. Das Schlimme ist, dass wir auch noch da lang müssen. Okay. Eintritt Schwerelosigkeit. Ah. Hallo. What? The Fuck Du könntest freundlicherweise auch Kripieren Ende der Schwerelosigkeit Bin ich denn zu allem zu blöd Kommt wieder her Komm her Geschieht dir recht Sowas macht man nämlich nicht mit zivilisierten Leuten Was bin ich für ein Gamer Ich bin zivilisiert Das sieht nicht gerade unkompliziert aus hier Hallo was soll ich mit dir machen Ähm Okay die grünen scheinen schon aktiviert zu sein Ich muss jetzt rausfinden was mit den roten ist Die scheinen irgendwie kaputt zu sein Aber ich weiß nicht warum Und es muss ja auch irgendeinen Grund haben Dass das hier Schwerelosigkeit ist Aber warum sind diese Dinger kaputt Muss ich vielleicht wieder einfach drauf schießen Was Was ist unsere Aufgabe Was ist unsere Aufgabe Und warte mal Ich guck nochmal Einige Kommanlage haben wohl etwas abgekriegt Ich muss die defekten Schüsseln Austauschen Und eine Schaltung aus funktionierenden Antrennung Antennen bauen Wie soll man denn Wie soll ich denn die kaputten Schüsseln Austauschen Wir gehen mal zu so einem leeren Ding Was kann ich hier tun Super jetzt ist hier keins mehr Leute ich bin gerade ein bisschen sprachlos Das merkt ihr vielleicht daran Dass ich etwas weniger rede Und das liegt vielleicht daran Dass ich keine Ahnung habe Was wir hier tun sollen Jetzt haben wir eine Reihe Komplett grün Aber was sollen wir denn mit den kaputten Dingern machen Ah warte mal Herzlichen Glückwunsch Patrick Das bringt uns herzlich wenig Es gibt doch gar nicht so viele Schüsseln Muss ich jetzt einfach nur die kaputten Schüsseln entfernen Es ist das einzige was Was mir einfällt Was ich probiere Versuchen könnte Einfach alle Kaputten Schüsseln zu nehmen Und Durch die Gegend zu schleudern Ja Das sieht wirklich toll aus Aber Was soll ich hier machen Was soll ich hier machen Leute jetzt mal ganz ehrlich Was ist meine Aufgabe Ich kann die kaputten Schüsseln Ich kann die kaputten Schüsseln Gerne rausfeuern Und sie irgendwo hin brettern Aber was bringt uns das Ich sollte vielleicht nicht fragen Sondern einfach probieren Ob das funktioniert So das müsste jetzt das letzte rote Ding sein Wo ist denn dieser hübsche Monitor Nein da unten ist noch ein rotes Trinner 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vielleicht müssen wir alle Einfach nur in die erste Reihe Einsetzen Damit wir quasi eine Reihe Komplett haben Ob uns das jetzt was bringt Ich weiß es nicht Was heißt ich weiß es nicht Eigentlich habe ich schon ein Gefühl Dass es uns nichts bringen wird Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt So 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 da unten fehlt noch eins In der ersten Reihe Wo ist denn noch ein grünes Da hinten Und wo hat das jetzt noch gefehlt Da drüben Ja War ein bisschen am Ziel vorbeigeschleudert Komm wieder her Das hat funktioniert? Nehme zurück zur Kommunikationszentrale Und sende unsere Koordinaten über das Bedienfeld Verweiler Äh wie jetzt Das hat funktioniert Das war zu einfach Leute das war zu einfach Was ist unsere Aufgabe? Ach jetzt müssen wir das komische andere Schifter kontaktieren Äh Sorry dass ich jetzt die ganze Aktion lang so ruhig war Aber Ich wusste gerade nicht wirklich weiter Und habe wirklich nicht daran geglaubt Dass dieser Plan auch nur im Ansatz funktionieren könnte Aber dies tat er Letztendlich Und äh Wir Sind speicherfreudig Und Werden dies auch machen Ja bitte Wir speichern das Spiel Und Machen das Müssen wir uns jetzt alle 30 Sekunden das Zeug anhören? Nein Nein das darf nicht sein Die USM Vailer Vailer kommen Unser Signal ist nicht stark genug Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen Um das Signal zu verstärken Fehler Drucktüren sind blockiert Bitte wenden Sie sich an einen Techniker Scheiße Isaac da ist was Großes an der Hülle des Schiffes Direkt über dem Com Array Was Organisches Keine Ahnung was es ist Und ich will es auch nicht wissen Wir müssen irgendwie die Türen öffnen Um zur Vailer zu senden Von der AAS Kanone 48 Solltest du ungehindert schießen können Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All Das hört sich schon wieder so extrem spannend an Ja das hört sich wieder extrem spannend an Und äh Ich kann es kaum erwarten Das zu machen Und deswegen werden wir das auch machen Aber schon wieder etwas Ich bin falsch Aber Schon wieder etwas Großes Organisches Hatten wir sowas nicht letztens erst in Kapitel 6 Folge 26 oder so Wenn ich mich recht erinnere Da haben wir doch eins und viel geplättet Wie kann so etwas denn Fortpflanzung betreiben Okay wir fahren noch einmal mit dem Fahrstuhl des Grau- Äh mit den Dingen des Grauens Jetzt kommt sicherlich was Weil man denkt jetzt kommt nichts Sag ich doch Sag ich doch Aber wir überfahren es einfach Okay ist auch in Ordnung Seit wann Können diese Viecher Fahrstühle benutzen? Es ist und bleibt ein Rätsel Das bleibt es wirklich liebe Leute Ähm Wir haben zwei Energieknoten Herzlichen Glückwunsch Können wir den irgendwie nützlich erweitern? Nein Unseren Rig Wir könnten auf maximales Leben hinsparen Wir könnten aber auch eigentlich mal unseren Reaper Genau wir erhöhen einmal den Schaden unseres Rippers Und Gehen hier auf die letzten Also Auf das letzte bisschen zu Was zu unendlichem Leben führt So Meine lieben Freunde Ich würde sagen Das war eine sehr sehr spannende Folge wie ich finde Und wir sehen uns beim nächsten Mal Wenn es heißt Let's Play Dead Space 1 Dann in Folge 36 Wenn es dir gefallen hat Positiv bewerten Kommentar schreiben Wenn du neu bist Kannst du mich auch gerne abonnieren Und wir sehen uns in der nächsten Folge Wieder bei Let's Play Dead Space 1 Bis dahin lieber Freund Tschüss